3 3 2 3 4 4 Also bei Bonsai waren mir die Abstände jetzt fast schon ein bisschen zu kurz. Wir sind fast schon ein bisschen zu eng rumgelaufen, weil er mit dem Schier hat halt noch mal zusätzlich zum Hals, dann noch mal so ein Stück mehr, was er sich umdrehen kann. Alles klar. Und dementsprechend ist es besser lieber einen riesen Bogen und einen riesen S machen, als was geführt. Weil er hat jetzt gerade die, wie heißt sie jetzt wieder, Tina? Die hat er richtig schön schon angeguckt. Also hätte sie reagiert, wäre er hätte auch versucht. Also er hat den Mollkorb drauf. Ja. Wenn es da eine Situation kommt, und dann sagt irgendeiner, dann kann es passieren, das ist Sonnen, aber schnell, ganz lang machen kann. Das ist... Aber jetzt fahren wir weiter mit Sonnen.